Victor Lallou war ein französischer Architekt. Zu seinen bekanntesten Bauwerken zählt ein Bahnhof in Paris, der Gare d'Orsay, den er im Jahre 1900 für die Verbindung Paris-Orleans entwarf. Leben Lallou war Schüler von Louis-Jule André an der Kunsthochschule von Paris seit dem Jahr 1869. Sein Studium wurde durch den deutsch-französischen Krieg von 1870-71 unterbrochen. 1878 gewann er den ersten Platz des Prix de Rom mit einem Entwurf unter dem Titel UNE-Leglis-Kathedrale. Der junge Preisträger besuchte von Januar 1879 bis Ende Dezember 1882 die Académie de France in Rom. Als rechte Hand und Nachfolger von André, der 1890 verstarb, führte er selber zahlreiche Schüler bis zum Prix de Rom. 1909 wurde er zum Mitglied der Académie des Boats gewählt. Als praktizierender Architekt und Professor ist Lallou einer der großen Repräsentanten der Akademie zur Zeit der Belle Époque. Einer seiner Schüler war René Biene. 1927 wurde Lallou in die American Academy of Arts and Sciences gewählt, 1932 in New York zum Ehrenmitglied der National Academy of Design. Er leitete seine Werkstatt bis ins Jahr 1936 und übergab sie anschließend seinem Schüler und Freund Charles Lemerskier. Publikationen L'Architecture Grecke, Paris 1888, mit P. Monceau, Restauration d'Olympie, L'histoire, Les Monuments, Les Coults et Le Fête, Paris 1889. Bauwerke Eifriger Verfechter des Bauwerkstoffs Metall verbarg er diesen behutsam hinter klassisch gestalteten Steinfassaden. Nach dem Vorbild seiner Zeitgenossen Henry de Glane, Albert Louvé, Albert Felix, Theophile Thomas beim Entwurf des Grand Palais in Paris. Weitere Werke sind die Rathäuser der Städte Roubaix und Tours, die Basilika Saint-Martin-de-Tours, der Bahnhof von Tours, der Hauptsitz der Großbank Credit Lyonnais in der Rue du Quatre September in Paris, die Botschaft der Vereinigten Staaten in der Avenue Gabriel in Paris in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Architekten Delano und M. Altrich.